Glauben Sie er wird regn? Er wird, wenn etwas unsere Stärke ist, dann Psychologie! Oder wissen Sie das denn? Ich, ich, mal weiter, oder? Der Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Ich heil mich selber! Für jeden polnischen Patrioten wäre es eine Ehre, die Nazis wenigstens auf der Bühne zu bekämpfen. Kollege, es tut mir aufrechtlich leid, euch mitteilen zu müssen, dass unsere Aufführung Gestapo bis auf Weiteres verboten ist. Den Hamlet von Posen! Die Posen von Hamlet! Die Posse von Hamlet! Verleckt mich doch am Arsch! Standartenführer, am Arsch lecken! Sein! Oder! Nicht sein! Das ist hier die Frage! Ob's edle im Gemüt, die Pfeilen und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden? Oder? Ein Spitzel hat sich eingeschmitten! Heitler! Nur wer nicht dazugehört, sagt Herr Hitler! Heitler! Heitler! Sieletski! Zimmerschlüssel 217! Heitler! Und wenn Sie mir die Komödie nicht abnehmen? Du wirst sie überzeugen, Josef! Muss! Es ist die Rolle deines Lebens, ich weiß! Du spielst sie glänzen! Ach, so sieht es aus, wenn man nur um sein Leben spielt! Obergruppenführer Sieletski vom Sonderkommand Neugeland! Heitler! 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 Schulz ab! Professor Sieletski! Es ist mir ein Vergnügen, Sie endlich auch einmal persönlich kennenzulernen! Wenn etwas unsere Stärke ist, dann Psychologie! Sie meinen also, einer von uns zweien könnte ein Schwindler sein? In der Tat! Wieso? Warum? Weshalb? Hamlet auf Englisch? Das gibt Arbeit! To be or not to be! Heitler! iascronische Musik